Hallo, bonjour und ni hao, hier ist eure Kitschiko. So, willkommen auf mein Channel, willkommen auf mein Channel, heute mit einem Action Haul. Ich war in meiner Nachbarstadt mit einem Click-and-Meet-Termin und einem negativen Corona-Test und ich konnte eine halbe Stunde shoppen. Und da würde ich euch jetzt gerne zeigen, was ich mir denn Schönes mitgenommen habe. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die roten Sneaker habe ich mir beim Primark geholt. Mit negativen Corona-Tests und Terminen könnt ihr shoppen. Ich hoffe, mein Video hat euch gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe. Eure Kitschiko. Bleibt schön Kitschiko. Bleibt schön kitschig. Keep kitschig.